Was sind die Kosten für einen Imagefilm? Was kostet ein Imagefilm? Das haben Sie sich vielleicht gefragt. Deswegen sind Sie jetzt hier und was hat das mit einer Mandarine zu tun? Ein Imagefilm kostet vielleicht 50.000 Mandarinen, vielleicht 1.000 Euro, vielleicht 5.000 Euro. Je nachdem, wie Ihr Budget ist oder wie aufwendig der Film sein soll. Aber die Frage sollte eigentlich nicht sein, wie viel er kostet, sondern wie viel er Ihnen bringt. Und da ist das Problem, die Kosten und der Nutzen eines Imagefilmes, die driften ganz schön weit auseinander. Und das ist genau mein Thema. Ich bin Armin Bichler von Stadtshow. Bei mir geht es nicht um möglichst aufwendige Imagefilme, bei mir geht es um Reichweite. Denn ein super Imagefilm bringt überhaupt nichts, wenn ihn keiner sieht. Und eine Videoproduktionsfirma lässt Sie mit dem Video in der YouTube-Wüste zum Sterben zurück. Sie müssen sich selber darum kümmern, das Video zu optimieren. Dann müssen Sie das Video auch verbreiten. Und es gibt viele Beispiele, da sind mega tolle Imagefilme für ein paar Tausend Euro produziert worden, die am Ende einfach fast keiner sieht. Und da ist das Thema der Planung, der Herangehensweise und des Inhaltes wesentlich entscheidender. Und wenn Sie vielleicht der Meinung sind, wir brauchen eigentlich vielleicht doch überhaupt gar keinen Imagefilm. Wir brauchen eher ein richtiges Konzept. Wir brauchen die technische Information, das Know-how, wie man selber Videos produzieren kann. Denn in der heutigen Zeit gibt es ja eine sehr, sehr hilfreiche Sache, nämlich YouTube. YouTube ist ja nach Google die zweitgrößte Suchmaschine. Videos auf YouTube werden auch in der Google-Suche angezeigt. Und man kann es viel einfacher schaffen, mit YouTube-Videos gut platziert zu werden und Leute auf seine Webseite zu locken, als wenn man seine Webseite optimiert. Und das dauert sehr lange, kostet auch viel Zeit und Geld. Und da ist es viel einfacher, wenn man das Ganze kombiniert mit Videos. Und das ist dann nicht mit einem Imagefilm getan. Da braucht man verschiedene Videos, aber die kann man auch selber herstellen. Und wenn Sie Interesse haben, das zu lernen, dann kann ich Ihnen dabei helfen, bei der Umsetzung, aber auch Ihnen einfach zeigen, wie das funktioniert, Ihre Mitarbeiter schulen und mit Ihnen zusammen Ideen entwickeln, wie man Ihr Unternehmen auch mit Videos bei YouTube und Google nach vorne bringt. Und wenn das ein Thema ist, gehen Sie auf meine Webseite stadshow.de, können dort einen kostenlosen SEO-Check anfordern. Und dann schaue ich mir Ihre Webseite an und überlege mir, wie wir beide oder wir im Unternehmen zusammen Ihr Unternehmen nach vorne bringen können. Ich bin Armin Bichler von stadshow.de und ich mache keine Imagefilme. Ich sorge dafür, dass Ihre Videos gesehen werden und Reichweite generieren. Und Reichweite bedeutet auch mehr Kunden. Ein Imagefilm hingegen bedeutet nur, boah, Sie zeigen, wie geil Sie sind. Und im Endeffekt, ja, wenn das keiner wirklich sehen will, weil die Leute nach Lösungen und Antworten im Internet suchen, dann sind Sie ja bei mir an der richtigen Adresse. Ansonsten gibt es viele gute Videoproduktionsfirmen, einfach mal nach Videoproduktion in Ihrem Ort suchen und da finden Sie bestimmt jemanden, der Ihnen einen tollen Imagefilm macht. Aber die Reichweite, darum müssen Sie sich entweder selber kümmern oder die ist dann nicht existent. Also, bis dann, Armin Bichler von stadshow.de. Bis dann, oder? Vielen Dank.